so jetzt gibt es für euch das big bang vom komet gibt es jedes jahr beim netto steh mal um steht auch wieder keine demos was alles enthalten sind 250er knallkette das hier 500er und der 16er genau dann ab gehts so eine 50er jetzt und von drückter Okay, so. Ja, Moin, die schießen mich ab, haha. Jetzt gibt's die Knallkette, wir haben Knalleffekte, ab geht's. Die ist ganz so ordentlich, ja, so jetzt die Knallkette, 16, wieder los. Ja, das ging endlich noch. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, hart rein und tschau.